Trust in you. Ich würde jemandem raten, wenn er seine eigene Firma heute gründen möchte, zu überlegen, ist die Idee, die er hat, wirklich am Markt gefragt? Und wenn er glaubt daran, dass diese Idee gefragt ist, dann soll er ihm unbedingt folgen. Es wird viele Leute geben, die sagen, das geht nicht oder es ist zu kompliziert, aber mir hat damals halt meine eigene Motivation geholfen, zu sagen, doch, das braucht jeder. Die Motivation bei uns war damals, wir gehen ins Internet, kein Mensch kannte das Internet. Und jetzt ist es so, wenn eine neue Idee kommt, muss man sich durch Widerstände durchsetzen. Und wenn man daran glaubt, wird man auch Erfolg haben.